Kiss of Death bei S&P 500. Ja, kann sein, kann sein. Alexio Rastani hat sich das dort auch angeguckt, glaube ich. Das ganze Kiss of Death Ding, das habe ich von Alexio Rastani. Ein sehr, sehr intelligenter Mensch, was Trading angeht. Hat sehr, sehr viel Erfahrung. Ich glaube, über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Trading aus den traditionellen Börsen. Kann man sich antun, den Mann. Kann man sich antun. Daher ist Bitcoin nicht viel besser wie Ethereum. Hochmanipulativ. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel BlackRock und Goldman Sachs Bitcoin halten. Nachher, wieso kann ich Kanada nur 30.000 investieren in Altcoins und in Bitcoin und Ethereum unlimitiert? Tja, interessant, ne? Habe ich auch schon mal darüber berichtet gehabt. Meiner Meinung nach können sie nicht den ganzen Markt kontrollieren. Daher die Limitierung auf 30.000 in Kanada. Nein, ich glaube nicht, dass es der Grund ist. Das sind halt die zwei größten Coins. Ich glaube, es gibt viele, viele Gründe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich das angucken. Und so, wie es jetzt aussieht, wenn sehr, sehr viele reingehen würden und anfangen dort zu investieren, dann haben die meisten Projekte einfach nicht die Liquidität. Ihr seht es ja jetzt schon in vielen Exchanges. Selbst Binance, überall, die größte Exchange, überall in jeder Exchange, habt ihr doch manchmal diese Phase, wo ihr möchtet irgendwelche Coins einkaufen, wenn der Preis gefallen ist oder wenn ihr euren Coins verkaufen möchtet, wenn die Preise oben sind, dass das nicht geht. Und viele Retailer regen sich zu Tode auf, diese blöde Exchange, ich wechsle jetzt meine Exchange, ändert nichts. Ihr könnt so viele Exchanges wechseln, wie ihr wollt. Wenn die Liquidität in der Exchange nicht mehr vorhanden ist, wenn es mehr Verkäufer als Verkäufer gibt, dann könnt ihr so viel versuchen zu kaufen, wie ihr wollt. Denn eine Exchange ist ein Matchmaker, die versuchen Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Und wenn die Preise jetzt extrem gefallen sind und die Seite der Nachfrage extrem hoch ist und die Seite der Verkäufer, also das, was das Angebot dann in dem Moment ausmacht, sehr, sehr niedrig ist. Ja, was passiert dann? Dann wird das ausgegraut und dann könnt ihr diesen Coin nicht mehr kaufen, weil letztendlich keine Liquidität da ist in diesem Coin. Es gibt keinen Coin mehr, also niemand mehr, der das anbietet. Und was passiert dann mit dem Preis? Woom, 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 woom. Der Preis fängt an, durch die Decke zu steigen und ihr sitzt dann an und ihr gebt der Exchange die Schuld. Man, dieser blöde Exchange, wie kann das denn sein? Ich hätte so gern tief eingekauft, jetzt ist der Preis durch die Decke gegangen. Das ist das, was passiert. Ich denke mal, das wird einer der Gründe sein, weil bei Ethereum und bei Bitcoin gibt es halt genug Liquidität. Die befürchten wahrscheinlich das Problem nicht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine der Problematiken ist, weil die nicht direkt möchten, dass solche Seiten dann direkt erstmal ausfallen oder ein Trading stoppen müssen. Ist ja jetzt mit dem viertgrößten Mining Pool passiert, mit den Pool-Innen, was ich euch auch berichtet habe heute im Video. Ja, genau das ist passiert. Es haben viel zu viele versucht auszucachen. Und was ist dann passiert? Er sagt, hey, richtig viele wollen hier raus, aber es gibt gerade nicht genug Nachfrage. Also, was machen wir jetzt? Die Liquidität ist einfach nicht vorhanden gewesen. Da haben sie gesagt, gut, schließen wir einfach den Verkauf für die nächsten zwei Wochen und gucken, ob sich das Ganze nochmal regelt. Ja, das ist ein riesen, riesen Problem und das muss erstmal gelöst werden. Denn im Kryptomarkt haben wir noch nicht die Liquidität, die wir gerne hätten. Guck mal, wir haben eine Market Cap von einer Billion. Das ist nichts. Das ist doch nichts. Wir sind doch so frisch auf diesem Markt. Dass Bitcoin so manipuliert ist wie Ethereum, ja, das ist alles manipuliert. Aber wenn du von der Zentralität der Coins ausgehst und wie stark Ethereum auch intern manipuliert werden kann, da sprechen wir von unterschiedlichen Welten, wenn du das mit Bitcoin vergleichst. Bei Bitcoin kann man das intern nicht einfach leicht manipulieren. Du kannst durch die Bitcoins, die du besitzt, durch anderen Verkaufs, Pumps und Dumps den Preis manipulieren, ja. Aber das Netzwerk, das kannst du bei Bitcoin nicht so leicht manipulieren. Bei Ethereum ist das eine ganz, ganz andere Geschichte. Da gibt es viel zu viele Möglichkeiten für. Und sobald das auf Proof of Stake wechselt, haben wir sowieso das Problem, dass die, die den größten Stake halten, mehr Einfluss auf das Netzwerk nehmen können. Es ist einfach so. Und jetzt ratet mal, wer die meisten Ethereums besitzt. Die Joe Lubins, die hier unter uns sind. Die Mike Novogratz, die unter uns sind. Die, die sich, die sich schon riesen, riesen Summen an Ethereum geholt haben. Die freuen sich natürlich drauf, ne. Die Möglichkeiten bei Ethereum ein Frontrunning zu begehen, dadurch, dass die, die die höchsten Gebühren bezahlen, nach vorne kommen in der Reihenfolge. Wie so ein Frontrun begangen werden kann, durch Bots, die sich gegenseitig immer wieder, wieder aushandeln. Durch höhere Gebühren. Damit letztendlich, ähm, ja, so ein Frontrunning in so ein, so ein, so ein, so ein Transaktion begangen werden kann. All diese Dinge. Ethereum, wenn man sich damit ein bisschen stärker beschäftigt, dann merkt man, dass das nicht ganz koscher ist. Aber letztendlich haben sie den First Mover Advantage. Sie waren die Ersten, die auf dem Markt sind. Und haben den Markt halt so richtig stark infiltrieren können, ne. Und, ähm, trotz dieser ganzen negativen Sachen, die ich sage, glaube ich nicht, dass Ethereum einfach verschwinden wird. Ethereum wird immer noch seinen Platz haben. Ähm, aber ich bin der Meinung, Ethereum wird großen Marktanteil abgeben. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an. Und ihr bekommt 10 Euro. Und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. FPS1 Dann schlagen uns die